Den größten Fehler, den die meisten wirklich machen, ist VideoDU. Einfach bessere Videos machen. Den allergrößten Fehler, den die meisten machen, ist direkt verkaufen. Das funktioniert nicht. Fast nicht. Also vielleicht ein Prozent von 100. Dass die Leute sagen, äh, den kenn ich nicht, aber scheißegal, ich kauf trotzdem von dem. Oder du sitzt bettelnd auf der Straße und spielst eine halbe Stunde und kriegst maximal einen Euro in den Korb rein. Das funktioniert ganz, 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 ganz selten. Aber du hast den Leuten dann auch schon was geboten. Das heißt, die Leute werden, wenn du die anschreist, verkauf mein Zeug, kauf mein Zeug und hier und keine Ahnung was, dann kaufen die Leute das nicht. Du musst, die Basis eines Verkaufs ist Vertrauen aufbauen. Du musst einfach zu den Leuten so viel Vertrauen haben, dass der dich schon kennt. Wie gesagt, oben die sieben Kontakte-Regeln, ich hab sie oben nochmal verlinkt. Und kannst du dir gerne nochmal angucken, was wirklich dahinter hängt. Und ja, wenn du noch mehr Fragen hast, Interessen hast, schreib es einmal unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ciao, dein Sven Sulik. Video Du. Einfach bessere Videos machen.